wauw und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, das Gawakana, und ja, zurück rein, so geht es jetzt weiter video mitgekriegt habt gab es in den letzten tagen leider keine videos das klassiert aber was heißt leider dass ich auf jeden fall jetzt aus weil es aus privatischen gründen mal scheiße gebaut habe auch gut deutlich gesagt und heute habe ich eine gute marke zurück bekommt deswegen abschützt wird das dezember video zu klagen und so geht es jetzt weiter natürlich ist aber andere kamera perspektive und morgen gibt es dann heute gibt es noch ein ich drehe am freitag von ersten advent deswegen schön abend euch allen noch und zwar ist klar der art wird dann noch kommen wir freuen schon am meisten trauen im schönen advent genau und wie ihr schon bestimmt sicherlich gekriegt habt der schöne wird kommend erst auch schön groß genau genau ist auch nicht mehr so lange weithin denn das ist ja jetzt schon nächst die da geht's mit den ersten türchen als er mit oliver baumann an hier mit oliver baumann sehr schön heute geht es erstmal die mini zähne stimmt muss jetzt so denkt mal ich drehe als am freitag habe ich ja schon gesagt gestern gab es ja das let's play 15 wenn es überhaupt geben habt geben hat genau so das booster wert bettel das wird auf eine woche verschoben genau dann morgen gibt es noch ein let's play da aus röber heroes und da geht's los mit den adventskalender ja ja so ist alles gesagt wurden bei den anderen boxings bei den tierischen wird dann auch jeden tag ein andere weihardsmusik kommen da wünsche ich euch noch einen schönen ersten advent euch allen und ja dann sage ich tschau wiedersehen bis morgen zum let's play montag erst gar klar